Was fährt so spät auf hoher See, das Kronjuwel der Bassarmee, die Bassmark und sein Kapitän, das weltweit größte Soundsystem. Auf diesem Schiff ist abgehend Pflicht, zu laute Musik gibt es nicht. Hier kommt der Sound, der der Kiefer bricht wie ein Wolframklotz in dein Gesicht. Wir haben nicht den besten Ruf, dafür den besten Wodka. Oh, du hältst dich für ein Partytier, hier ist der ganze Partyzone. Dauersaufen, Druck, Betankung, Asi, wie ein Fliesentisch. Der Wodka wird zu einem Gemisch, letaler als ein Kugelfeld. Eins, zwei, Feuer frei, abriss machen ohne Gnade. Wer vor dem Morgen schlappt, macht der fürs Panzerschokolade. Drei, vier, hoch das Bier, keine falsche Müdigkeit. Jeder einzelne an Bord ist Bassmark. Bassmark Bassmark ist ein Starkoloss und ist auf hoher See. Der Boss auf uns ist jeder Schuss verschenkt, wenn der Schall dein Sonat zersprengt. Der Ton aus den Schiffskanonen kommt von Hamann und Kardon. Das Flakgeschütz gesponserte Bosemacht aus seinen Matrosen Matrosensoße. Allerdings muss das nicht sein, wir lassen uns auf Freundschaft ein. Kommt zu uns an Bord aufs Deck, wir saufen uns die Rübe weg. Nacht für Nacht, Tag für Tag, bleibt die Bassmark unversieht. Egal ob feindliche Gewässer am Ende feiern alle mit. Eins, zwei, Feuer frei, abriss machen ohne Gnade. Wer vor dem Morgen schlappt, macht der fürs Panzerschokolade. Drei, vier, hoch das Bier, keine falsche Müdigkeit. Jeder einzelne an Bord ist allzeit Kampf- und Saufbereit. Da schlangen wir ab. Ja, was deutsch. Da schlangen wir ab. Ja, was geht's sound. Da schlangen wir ab. Ja, ich muss nur ab. Da schlangen wir ab. Wie ist das Problem, aber wir machen? Das ist eine gute Bremer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020